Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Der nächste Abgang in unserer Offensive ist offiziell. Dong Zhongli verlässt uns Schalke nach einem halben Jahr schon wieder. Erst vor ein paar Wochen wurde die Leihe mit Ulsan Hyundai bis zum Jahresende verlängert, aber genau diese wurde nun sofort aufgelöst. Über die Modalitäten wurde zwischen allen Parteien wie gewohnt stillschweigend vereinbart. Wer aber jetzt mal wirklich sehen möchte, wie Dong Zhongli eigentlich so spielt, weil das wurde ja bislang und Schalker noch wenig gezeigt, der muss 2. Liga gucken und sollte das auch, denn der Südkoreaner wechselt zu Hansa Rostock. Da auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ja, auf Schalke hat es einfach von Anfang an nicht so wirklich funktioniert. Natürlich haben sowohl der Spieler als auch wir uns an der Zeit beim FC Schalke etwas anders vorgestellt. Dennoch muss man abwägen, was in der aktuellen Situation für alle Parteien die beste Lösung ist. Lee ist ein toller Spieler und Profi. Dazu will er sich für ihn als Neumannschaft empfehlen. Aus diesem Grund sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, die Leihe, die für uns von vorher ein Risiko los war, noch während dieser Transferperiode zu beenden. Wir wünschen Dong Zhong für seine private und sportliche Zukunft alles Gute, erklärt unser Sportdirektor Huven Schröder diesen Schritt. Natürlich ist auch klar, bei über 70 Transfers in den vergangenen 3 Transferperioden kann auch nicht jeder funktionieren. Bei Lee kam sicherlich nochmal hinzu, dass er eben die Fußverletzung hatte. Trotzdem war man ja an sich überzeugt von ihm und es wäre die Leihe ja nicht verlängert worden. Aber Frank Kramer hat eben jetzt in den Pflichtspielen überhaupt nicht auf die Nummer 14 von uns gesetzt und deswegen ist das sicherlich eine Entscheidung, die vollkommen okay und auch richtig so ist und wahrscheinlich auch für uns alle vertretbar ist. In der Offensive haben wir ohnehin relativ viele Spieler. Es könnte jetzt auch noch Kenan Karaman hinzukommen und wenn es da keine Chance für ihn gibt, dann macht es auch keinen Sinn, diese Leihe noch bis zum Winter durchzuziehen. Vor allen Dingen auch, wenn er jetzt bei Rostock Spielpraxis sammeln kann und dort eine bessere Rolle einnimmt als bei uns. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Lüschalker